Willst du deine Haarfarbe ändern, aber nicht zum Friseur gehen? Dann bist du bei mir richtig! Sprühe Haarfarbe auf eine Bürste. Kämme damit durch deine Haare. Die Farbe wird dein Haar färben. Genau so! Du kannst auch andere Farben nehmen. Das ist so einfach! Und sieht toll aus! Wer braucht schon einen teuren Friseurbesuch? Ist das toll! Die Mascara sieht toll aus! Okay, und jetzt? Hm, ich hab's! Oh, hübsch! Was willst du? Verschwinde! Aber, wie gemein! Das ist unfair! Oh, ich habe eine Idee! Endlich kann ich mich in Ruhe schminken! Ich verteile noch etwas Concealer. Schön langsam! Haha, das perfekte Verbrechen! Nicht schlecht! Uh, genau den brauche ich jetzt! Was zum... Nicht so schnell! Lass mein Make-up in Ruhe! Aber du hast so viel davon! Äh, ne! Näh, näh! Immerhin habe ich noch das! Ich werde so schön aussehen! Oh, ich brauche ein Schwämmchen oder sowas! Naja, dann eben direkt aufs Gesicht! So funktioniert das, oder? Okay, das sollte reichen! Mit den Händen verteilt man das nicht! Gibt es etwas, das ich dafür benutzen könnte? Hm, der Ballon könnte nützlich werden! Damit kann ich arbeiten! Ich puste den Ballon auf, mache einen Knoten hinein und verblende damit das Make-up! Wow, es funktioniert! Oh, das sieht gut aus! Noch etwas mehr verblenden! Wo ist mein Concealer? Moment mal! Hey, was machst du da? Rück ihn raus! Wieso kriegst du all die schönen Sachen? Willst du den Ballon? Hey, du hast dein Make-up gut aufgetragen! Den benutze ich das nächste Mal! Schau mal! Danke, Kleine! Ich pudere mich nur schnell nach! Hm, meine Augenbrauen könnten besser sein! Gut, dass ich den Augenbrauenstift dabei habe! Oh nein! Ich muss in den Unterricht! Ich komme zu spät! Mal wieder! Hi, wie geht's dir? OMG! Sieh dir Gabby an! Was ist ihr Problem? Ups, vorsichtig! Meine Bücher! Schon gut, ich helfe dir! Das wäre erledigt! Ah! Schnell weg! Okay, das war seltsam! Habe ich etwas zwischen den Zähnen? Ich glaube nicht! Hey, Leute! Seht euch das an! Wow! Trägst du da Raub mit deinem Gesicht spazieren? Das ist echt gemein! Sorry, ich habe mich an der Tür geirrt! Beruhigt euch! Die Show ist vorbei! Wo ist Gabby? Da bist du ja! Schnell! Tut mir leid, du wirst nicht glauben, was passiert ist! Äh, das ist ein interessanter Look! Das musst du sehen! Oh Gott! Meine Augenbrauen sind riesig! Darf ich helfen? Male ein Zickzack auf deine Augenbraue! Dann malst du eine Linie auf die Augenbraue! Jetzt kannst du sie ausmalen! Dadurch sehen die Augenbrauen voller aus! Mit einem Augenbrauenpinsel bringst du die Haare in Form! So hältst du sie schön beisammen! Okay, das sieht schon besser aus! Und was sagst du? Ich sehe normal aus! Wow, danke! Schaut mich nicht so an! Da braucht wohl noch jemand unsere Hilfe! Ich übernehme das! Wie schwer kann das schon sein? Es ist nur ein Lippenstift! Schön langsam! Bei anderen sieht das immer so einfach aus! Das läuft nicht so gut! Das ist zwecklos! Die perfekten Lippen, wie immer! Wow, sie sieht echt gut aus! Ich brauche ihre Hilfe! Hi Gabby! Äh, du hast da etwas in deinem Gesicht! Nimm das! Danke! Lippenstift muss nicht schwer sein! Sieh her! Nimm deine Lieblingsfarbe! Male eine Linie in der Mitte deiner Lippen! Und verteile es so auf deinen Lippen! Ist das dein Ernst? Vertrau mir! Gib's zu, du bist beeindruckt! Wow, das ist echt cool! Wünsch mir Glück! Eine Linie malen! Und dann mit den Lippen verteilen! Genau so! Das ist lustig! Wow, es hat funktioniert! Gut gemacht! Das war so lustig! Der Lehrer wusste nicht, was er tun sollte! Oh, hey Leute! Redet sie mit uns? Was soll's? Also, sie denken, sie wären etwas Besonderes! Oh, ich habe eine Idee! Bis nach der Schule! Bye! Beliebt sein hat seine Vorzüge! Oh, hey! Mal sehen, wie sie jetzt reagieren! Gabby wird meinen Style lieben! Da ist sie! Da ist sie! Hey! Sind das Piercings? Ohne Piercings sehe ich nicht so cool aus! Ich muss mir einen Nasenring zulegen! Äh, hast du dich verlaufen? Ich will einen coolen Nasenring! Kaum zu glauben, dass ich das tue! Lass dir Zeit! Und, äh, gefällt dir etwas? Der hier! Der hier, wirklich? Okay, wie du meinst! Das könnte wehtun! Es wird ziemlich sicher wehtun! So langsam bereue ich das! Mir wird schwindelig! Wusste ich's doch! Das passiert jedes Mal! Na los, bringen wir's hinter uns! Niemals! Nicht schon wieder! Das ist das vierte Mal in dieser Woche, dass jemand heulend davonläuft! Ich brauche einen neuen Job! Das war gruselig! Ich habe den Ordner mitgenommen! Ups! Moment mal! Wie wäre es mit der Büroklammer? Daraus mache ich mein eigenes Piercing! Die Büroklammer schneide ich in zwei mit der Zange! Dann stecke ich es an meine Nase! Ein kostenloses Fake-Piercing! Jasmine, bist du das? Hi! Hi! Du siehst toll aus! Ist das ein Nasenring? Wusste doch, dass etwas an dir anders ist! Ich habe auch zwei neue Piercings! Ich bin süchtig nach Piercings! Ich will immer mehr! Oh, hey! Bye! Ich brauche mehr Büroklammern! Ich habe meine Pinsel und meine Stifte! Okay, ich bin soweit! Setz dich hin! Oh, gut! Ich habe mich so drauf gefreut! Das freut mich zu hören! Wir beginnen mit einem leichten Puder! Sie werden umwerfend aussehen! Und jetzt? Die Farbe ist auf ihre Augenfarbe abgestimmt! Nicht bewegen! Stillbleiben! Das steht ihnen besonders gut! Oh, wir brauchen noch etwas Mascara! Okay, jetzt kümmern wir uns um ihre Lippen! Ich liebe dieses Produkt! Da kommt nichts raus! Ich weiß, dass da noch etwas drin ist! Mann, ist das nervig! Oh! Ha! Ich liebe diese Show! Die Rahmen schmeckt gut! Dieser Chris ist so komisch! Wo ist meine Gabel hin? Die hilft mir weiter! Stecke die Tube zwischen die Gabelzinken und zieh sie hoch! So kommt der Lipgloss heraus und kein Produkt bleibt in der Tube! Fülle den Lipgloss in einen Behälter! Die brauche ich nicht mehr! So geht das viel einfacher! Nun brauche ich keine Tuben mehr quetschen! Und ich kann die Farbe mit einem Pinsel auftragen! Daran hätte ich früher denken sollen! Das sieht toll aus! Der Look ist vollendet! Wow! Gefällt es ihnen? Wow! Wirklich hübsch! Sie sind so talentiert! Vielen Dank! Wenn man gut aussehen will, braucht man keinen professionellen Make-up-Artist! Alles, was man braucht, sind fantastische Beauty-Hacks! Was hat dir am besten gefallen? Schreib es in die Kommentare! Vergiss nicht, das Video mit Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine lustigen Videos mehr verpasst! Also bei Grüßen